Hey Leute, David von iDesignish hier. Bevor es heute mit dem Promo-Video ein bisschen losgeht, eine ganz kurze Frage an euch. Ich habe bisher immer, wenn ich Leute ein bisschen unterstützt habe, immer Designer genommen, da die dementsprechend natürlich meine Zielgruppe haben und einfach mehr Zuschauer dadurch generieren können. Jetzt hat er mich mal jemand angeschrieben gehabt, der Blogs, Vlogs und Comedy und so einen ganzen Gedöns macht und hat mir gesagt, kannst du mal mein Video hochladen? Und ich habe gesagt, okay gut, kein Thema, bin mir halt nicht ganz sicher wegen meiner Zielgruppe, ob das so ein bisschen meine Zuschauer mögen, wie das ankommt. Daher ganz wichtig, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr sowas mögt. Wenn ihr sagt, okay gut, ich interessiere mich nicht dafür, dann bleibe ich natürlich nur bei, wenn es irgendein Designer ankommen will. Wenn ihr sagt, okay, ist geil, so Formate, andere Formate würde ich gerne mal sehen, schreibt mir das gerne in den Kommentaren und lasst euch wissen, damit ihr das weiß für die Zukunft und dementsprechend auch weiß, was euch gefällt. Und ansonsten würde ich euch nicht weiter aufhalten, haut rein, schaut das Video an, abonniert den Kanal desjenigen und ich würde sagen, misst dann, haut rein. Ciao. Hey, hey, Zeke, hey, wie geht's dir heute? Hey, Alter, ja, hier geht's gut um dir lange, ich habe gesehen, echt, was gibt's Neues, ey. Hey, was ist denn heute? Ähm, wieso, ich weiß nicht, ist irgendwas Besonderes? Was ist heute, Mann? Was ist heute? Ja, ich weiß nicht, ist alles was Besonderes. Was ist heute? Ähm, Mann, ich weiß es nicht. Was ist heute? Ey, wirklich, verdammt, ich weiß nicht, was für ein Tag heute ist. Verdammt nochmal, zum letzten Mal, was ist heute? Freitag? Ey, ganz genau, hey, sehr gut geraten. Wir sehen uns nächste Woche, ne? Jeden Freitag kommen neue Videos. La Vida Fun TV. Halt die Fresse, Mann! Fuck, kommt schon wo. Kommt schon, Jano? Kommt schon, Jano? Scheiße, Mann. Kommt mal, scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Siehst du mal, Titi? Das hast du davon!